4 zu 0, 4 zu 0, Sie hören richtig, ich bin nicht völlig durchgedreht, es steht tatsächlich 4 zu 0, Toni Kroos, die Deutschen kommen schon wieder, frach gelegt, Semi Kedira, Tor, 29. 20. Minute, das ist Deutschland, das ist Deutschland von seiner schönsten Seite, ich glaube, ich träume, es steht 5 zu 0, 5 zu 0 für Deutschland und es war Semi Kedira nach 29 Minuten. Und jetzt aber schnell ins Sauerstoffzelt und wichtig ist, viel trinken, zwischendurch auch mal Wasser, Halbzeit im Belo Horizonte.